Liebe Stadtgriffsfreunde, einen schönen guten Tag. Der älteste Schützenverein in Düsseldorf ist der St. Sebastianus Schützenverein 1316 e.V. Also man führt das Gründungsjahr auf 1316 zurück. Im Zeichen des heiligen Sebastian, der als römischer Soldat im dritten Jahrhundert nicht vom Christentum abschwören wollte und dafür hingerichtet wurde, wird traditionell seit vielen Jahrhunderten bei Schützenfesten bzw. bei einer Kirmes auf den Vogel geschossen, also der Schützenkönig ermittelt. Immer um den 23. Juli herum findet die größte Kirmes am Rhein statt, auch manchmal vorher oder nachher, aber der 23. Juli ist so eine Art Richtdatum. Und warum? St. Apollinares ist der Stadtpatron Düsseldorfs und sein Gedenktag ist der 23. Juli und ihm zu ehren wird diese Kirmes gefeiert. Meine neue Frage lautet, was oder wen feiern die Düsseldorfer Schützen jedes Jahr beim Stephanientag?